Hey Leute und willkommen zu einer kleinen Servervorstellung, nämlich Southcraft.minecraft.to Ja, unser Server, ich werde euch hier ein bisschen rumzeigen, also hier gibt es Gratisschilder, also sowas wie ein schwarzes Brett, könnt ihr hier hinmachen was ihr wollt, irgendwas hinschreiben, ja, nicht so wichtig eigentlich. Hier seht ihr noch mal den Spawn von außen, da ist das Hotel von Jason Derulo, lustiger Name, aber wahr, ich kann euch hier die Zimmer schnell zeigen, auch nett eingeräumt, alles schon mit Verzauberbox, Kisten und so weiter, kleinen Aufzug. Hier ist der Shop von Pommesse, hier ist mein Shop, ein bisschen kleiner, das wird so eine Art VIP Shop, also hier sind die Preise dann billiger, wie man das Geld bekommt, einfach mit dem Job Plugin, wie auf jedem anderen Server. Hier seht ihr einmal das Casino, warum sind die Kisten hier, ja, war das. So, hier seht ihr mal das Casino, ich kann euch schnell zeigen, wie es geht. Ihr drückt auf den Knopf, hier kommen drei verschiedene Blöcke raus, meistens, und wenn man halt dreimal die gleiche hat, also dreimal Diamant Block, hat einen halt Checkpot und gewinnt sehr viel Geld. Ich weiß jetzt nicht, wie viel müssen wir noch schnell, ähm, besprechen. Hier seht ihr einmal so eine Art Restaurant, also, man geht hier einfach hoch, unten kann man halt sagen, was man will, also hier ist sowas wie ein Fastfood, so, ja. Ja, und hier kann man halt auch noch schnell essen gehen, und hier sieht man halt, was es alles gibt, also Fische, Fische und das andere Zeug halt, also eigentlich alles, was es zum Essen gibt. Was gibt es noch zum zeigen? Hier seht ihr einmal die GS-Welt. Ja, ein paar Grundstücke halt, hier eins von Jan und so, da hinten ist meins, das weiß ich nicht, wen es alles gehört, dann gibt's hier ein Warp Rebuild, das gibt hier, oder ist hier, schlechtes Deutsch wieder, dann gibt es hier ein Warp Jump, also ein kleines Jump'n'Run, natürlich mit einer Truhe, und meine verzauberten Sachen, natürlich. Ja, ich hätte es jetzt zum Beispiel gerade nicht geschafft, ich bin die totale Niete in Jump'n'Run, ja, dann gibt es hier eine Mob-Arena, hier verliert man halt ein halbes Leben, ist ja nicht schlimm, dann gibt's hier Tank, nein, also Tank, hier einfach Diamantrüstung, Eisenschwert, zwei Heiltränke, Night, fast das gleiche, bloß mit Eisenrüstung, Diamantschwert und drei Heiltränke, ich kann euch ja mal eine schnelle Runde zeigen, hier, also hier wird man dann gespawn, kann halt rumlaufen, oben ist eine Verzauberertruhe, also wenn man hier Level halt bekommt, das muss ich schnell warten, bis hier Monster kommen, hier sind schon die ersten, und wir haben auch noch ein Plugin drin, da gibt's halt Köpfe von den, ey, von den jeweiligen Tieren, ich weiß gar nicht, bei Hunden, außer bei Hunden und Hühnern, und wenn man die halt aussetzt, dann kriegt man jetzt zum Beispiel weg, äh, weg, ja, und wenn man die Köpfe halt aussetzt, bekommt man halt einen Kopf halt, bloß ich hab halt auch einen Helm auf, als, äh, bei meinem Skin hab ich halt einen Helm auf, und deswegen sieht man das grad ein bisschen schlecht, so, unten sieht man die Wave, darüber halt, was man bekommt, kennt ihr wahrscheinlich aus, so, wie bei anderen Zerven, so, jetzt hätte ich eigentlich einen Spinnenkopf auf, aber ich hab bei meinem Skin einen Helm, äh, ja, deswegen erkennt man den jetzt schlecht, so, mit mal L, belassen wir das Schöne natürlich, äh, oh, so, und, was ist das? gibt's noch zu zeigen, mehr eigentlich auch nicht, es gibt halt VIP, Supporter, und so weiter, ihr könnt auf den Server jetzt nochmal alles genau anschauen, VIP kann halt Fly, hat einen besonderen, ähm, was sagt man dazu, Farmwelt, oder, neben dem, geessen halt, hier kommt dann mit Warp-GS hin, jetzt muss ich schnell suchen gehen, hier, und da ist die VIP-Farm, auch ganz nett, VIP kostet im Moment noch 5 Euro, lag, so, im Moment kostet es 5 Euro, hier sieht ihr halt mal schon eine VIP-Farm, hier ist noch nicht so viel, hier ist halt Diamanten, und so, halt die ganzen Erze, und, ja, mehr gibt's jetzt auch noch nicht zu zeigen, der Server ist nämlich noch im Aufbau, hier wird noch sehr viel dazu kommen, und, ja, dann verabschiede ich mich dann wieder, wenn es wieder heißt, Let's Play Minecraft, ja, wir werden hier wahrscheinlich auch noch ein Let's Play machen, vielleicht, vielleicht auch nicht, Hunger Games wird auch noch kommen, und, nun ja, wir sehen uns ja wieder, bis zum nächsten Mal, ciao Leute!